... 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 ...dachzustellen, verpfänd dich, das ist eindeutig zu offensichtlich. Ein Unternehmer sagte mir, die Regierung, ja, angebliche Spiode der Opposition, die das Land poinieren wollen. ...die Bevölkerung, das sind die Bezüge, daraus ergibt sich unsere Verpflichtung als Parlament und als Abgeordnete. ...dach, und ein Limon. Untertitelung des ZDF für funk, 2017